Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pixel Piracy hier bei Achiever. In der letzten Folge wollten wir speichern. Safe game? Ne, in der letzten Folge haben wir entdeckt, dass wir Stufe 4 Piraten zerstören können. Und witzigerweise sogar mit Leichtigkeit. Ich meine, das war jetzt keine große Herausforderung. Ähm, deswegen arbeite ich mich ein bisschen noch weiter an den Stufe 4 Inseln und Piraten. Such dann in einer Stadt nach weiteren Crewmitgliedern. Farm dann noch ein bisschen und dachte mir, ich weiß nicht, ich würde gerne einen der Legendaries jetzt dann demnächst angreifen. Hm, ach, die haben alle so wenig Life. Können wir gleich runterjumpen. Und ja, einfach nur mal schauen, wie die Legendaries sind, aber ich weiß nicht. Ich kann mir jetzt darunter wenig vorstellen. Ich habe sie mir ja kurz angeschaut gehabt. Und jetzt weiß ich gerade nur nicht, ob ich das aufgenommen hatte oder nicht. Aber... Da war ein Legendary. Der hatte ja ein krasses Schiff. War also wirklich sehr stark. Und einer... Moment. Da sterben ja welche von uns. So, und was bringt das? Achso. Wir haben... Ja, aber das funktioniert nur einmal, nehme ich an. Das oder? Na, ich will das nicht riskieren. Ich lasse es, ne? Nur mal proben. Wo ist Heilung? Hunger? Heilung? Ja, das ist gut. Und da war noch einer. Hulk? Ja, ne? So. 21 Damage. Die haben das runtergeschraubt. Die haben das eindeutig runtergeschraubt. So, hier gehen wir auf. 10.001. Klar. Das waren jetzt nicht viele... Kokosnussbaum. Eine Kokosnuss. Ähm, nein, Quatsch. Die waren nicht stark, aber viele. Das wollte ich sagen. Und wir haben Babyöl. Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Was machen die denn bitte mit Babyöl? Weil ich meine... Egal. Hm. Wir brauchen auch unbedingt einen zweiten Arzt. Einfach nur um... Ich will... Ich will nicht, wie ich in der vorletzten Folge gesagt habe, jetzt ganz viele Ärzte bauen. Und oh mein Gott, sind das viele Piraten. Das ist ja... So viel Gold. So viel Gold. Gleich zu den nächsten. Ich will mir nicht hier 100... Beziehungsweise jeden als Arzt ausbilden. Weil sollte die Auras decken, wird es einfach viel zu leicht sein, das Spiel. Aber zwei Ärzte können wir uns schon gönnen. Das ist auch... Nachvollziehbar. Ich meine... Bei größeren Coups gab es ja manchmal einen zweiten Arzt. Einfach nur sollte der Erste krank sein oder sterben, dass der Zweite ihn ersetzen kann. Ähm, wobei... Ich da auch eine Geschichte kenne von... Moment, erzähl ich gleich. Mal schauen erst mal. Hm. Ja. Alles Schwächlinge. Außer der Käpt'n. Aber selbst der Käpt'n ist schwächer als jeder von uns. Glaube ich. Jetzt erst recht. Boah. Er wäschen wir richtig gut. Nochmal. Holte sich noch eine Kugel. Ne, das war's. Dann gehen wir. Greifen wir an. Ah, komm. Nein, nein, nicht unser Käpt'n. Du bist falsch. Du bist hier rüber. Hallo? Hier her. Hm. Er will nicht. Ja, dann verpasche den ganzen Spaß. Selber schön. So. Töte die Wurne. Und ah. Töte die Schildkröte, weil du... Die lebt noch. Die kann ja Damage einstecken hier. Konte. Ah, Interakt. Da drüben ist eine Feder. Die Feder hole ich mir. Dann zerstöre ich die Wurne. Und den Vogel da, wenn ich jetzt auch töte. Einfach nur, weil ich es kann. Und eine Feder. Stimmt. Wir brauchen Federn. Zwecks XP. So, kommt alle rüber. Dass wir hier schön... Das... Deren Bötchen plündern. Ist ja nicht so schön wie unsers. Und... Deren Bötchen plündern. Ah, Moral. Moral zerstört mich. So. World Map. World Map. Was sehen wir? Danger 3, Danger 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dann mache ich hier so ein Bogen. Ja, das... Das mache ich. Dann habe ich genug Gold, um meine Crew sogar voll zu kriegen. Aber... Das möchte ich so nicht auf Anhieb. Weil ich immer noch... Eine... Ja, eine Angel muss ich noch kaufen, damit ich meine vier Leute abgehangen kann. Und die dauerhaft angeln. Dann... Ich... Einen dritten Koch... Bräuchte ich... Den zweiten Arzt. Und das muss ich ja noch alles kaufen. Hm. Und allein jetzt... Jetzt haben wir 7, 8 Crewmitglieder. Und wir haben Platz für... Moment... 6 mal... Für 36. Das heißt, 24 müsste ich mir kaufen. Und ich rechne so mit 160 Gold pro Stück. Oh ja, nee. Könnten wir eh nicht voll machen. So. Auf geht's. Party. Wir haben hier einen Blaubeerenbusch. Blaubeere. Ach, das ist so ne... So ne... Tierinsel. Mit ganz vielen verbildeten Tieren, die... Die Waffen trocken. Nee. Eine Wolfsklaue. Oh Gott, aber die machen viel Schaden. Und zwei Symbole. Hahaha. Ach, und wenn die runterfallen, dann kriegen wir auch... dann kriegen wir auch xp ist ja praktisch ich dachte schon sind doch nicht alle drüben egal moment moment nein ok greift du den buscher ja genau schießt den busch weg eine krabbe die wir töten das haben wir hier explosiv das kannst du angreifen genau beim campfire was kriegen wir hier moral perfekt dann greift das auch an bitte so einfach nur weil ach so und die bluten natürlich auch noch die stimmt schon gleich die hat uns angegriffen wie unverschämt kann man nur sein du greifst die auch an ja so ist gut kramfleisch kramfleisch krabbenfleisch so 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 es lohnt sich glaube ich gar nicht den busch anzugreifen wir kriegen ein xp pro hit nicht xp leben oder soweit ich mich erinnern kann ne moment wir zerstören den busch aber was bringt ihr uns nichts und die haben alle hunger die essen ja richtig viel aber wir haben auch richtig viele fische so gleich mal alle setzen wir haben jetzt acht leute und wenn wir mit 36 haben das vier mal so viel wir brauchen vier mal so viel essen moment wie viel haben wir denn über von davor da sind zehn fische übrig 17 ich hoffe die vier reichen also vier fischer so und wir segeln natürlich auch gleich weiter ach du schande sind dass hier viele piraten da wären ja richtig reich und die sache ist wir müssen ja eigentlich gar nicht zur stadt so wir können einmal hier alles abfahren was in der gegend ist und dann zu unserer stadt segeln wobei die ist richtig weit weg das ist nicht so cool der eine ist auch nur am kochen wie ich sein skill cleaning 2 cooking 1 ok 25 prozent aber was bedeutet mehr skill kocht er dann einfach nur schneller oder oder besser so dass das essen dann länger satt hält und fragen über fragen und die sind schon ein tic stärker oder auch nicht genau die wurden auch gleich zu stellen So! Triple kill! Also, naja. Drei wurden geschlagen. Aber... Mehr will auch nicht. So, alle da? Dann, auf geht's! Party! Die... Die Geld? Uh, eine Abkürzung! Endlich mal ein Kampf, der verteilt ist! Warum macht der Fakuli nichts? Er greift kaum mehr an! Außer wenn wir es ihm sagen... Dann ballert er mal! Hier, schau! Kräftiger! Er wird nicht sterben, bis er oben ist! Zwei, schau! Zwei, schau! Zwei, schau! Zwei, schau! Run a shot across the bow! Ah, das ist einfach so schön, denen zuzuhören. Aber wir wollen natürlich auch wieder. Und da muss ich euch leider unterbrechen, Leute. Wir segeln jetzt nachs Süden. Ne, falsch. Safe Game. Einfach direkt zu den nächsten Piraten. Yohoho. So. Ich finde es wirklich schade, dass wir unsere damalige Crew, wo wir viele hatten, elf oder zwölf Stück waren das, glaube ich, dass uns so viele abgesprungen sind. Aber da war halt leider wirklich null Struktur drin. Deswegen ist das passiert. So. Engage them. Und Schauen wir mal. Zack. Ne, stark sehen die auch nicht aus. Und was war das? You're not boarding range yet. Okay. Also erst nachdem er drei Kanonen abfeuert, dürfen wir rüber. Vier Kanonen. Ach, das dauert einfach eine Zeit lang. Und wahrscheinlich, je gefährlicher sie sind, desto länger dauert es, um uns Zeit zu jetzt krap, macht doch was. So. Um uns Zeit zu lassen, uns gegenseitig mit den Kanonen zu wegballern. Okay, wir haben genug Neid noch. Das reicht noch. Das reicht. Ja, Okay, das schaffen wir. Oh, die Verluste. Außerdem ist ja der Hulk unser First Mate. Was bedeutet, dass sollte unser Captain sterben, was ich natürlich nicht hoffe, dann wird er zum Captain. So, und zurück. So, was ich auch gleich schauen werde, ist, wie berühmt wir gewesen sind. Ciao, ii. Hier, World Map. Äh, Renown 535. Hm. Ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen mehr ist. Ich meine, wir haben hier ziemlich viele Piraten getötet und, ja, da verdienen wir schon ein bisschen mehr. Naja. Hm, zur Stadt kommen wir auch nur, wenn wir an den vorbeisegeln und das möchte ich jetzt erst mal nicht riskieren. Safe game. Na komm. So. Einfach nur, weil ich erst mal meine große Crew haben will und dann eben die Stufe 5 Grad gefahren. Na, was ist denn los? Engage einen nach den anderen wollen wir zerstören. So. Wir haben auch eine Schildkritte dabei. Und die erwischt es natürlich als erstes, aber sie lebt noch. Also die Kanonenkugel macht der Imba-Schildkröte nichts aus, weil das ja, wie gesagt, eine Imba-Schildkröte ist und den haben wir leicht erwischt. Gut. Ballert er noch einen? Ach, vielleicht feuert er deswegen keine mehr, weil er noch eine Kugel nimmt, sich darauf vorbereitet, noch eine zu schießen und dann es doch nicht tut. Das wäre jetzt so meine Erklärung. Erstmal heilen wir unseren Käpt'n ein bisschen. Was haben wir noch alles? Weniger Speed. Parieren können wir, oder? Ja. Ja. Treasure Map, ja. Aktivieren wir mal. Das brauchen wir nicht. Consum the self teleport strong pirate on a ship. Aber alle können schwimmen. 200 XP. Ja, wir leveln ihn. Valuable item. 600 XP. Next hack. Hm. Ja, ne. Passt schon. Okus, noch ein bisschen XP. Noch mehr XP. Ne, HP, nicht XP. Damage. So, das war es erstmal, den Grindstone. Habe ich gar nicht benutzt. Jetzt haben wir in Stufe 5. Na, ganz wichtig ist ja beim Hulk, hm, dass wir den auf Stufe 10 haben. So. 29 und wir machen jetzt 20 9 mit Stufe 6 Stufe 8 Stufe 10 Ja, ok, 2 Damage mehr. Im Ach, da will ich das hier eigentlich erhöhen. Wenn ich jetzt ein Grindstone Ne, ist nur für die Waffe. 7 10 Achso, deswegen die Instant Kills. 75% Chance, um meinen Gegner zu töten mit weniger als 10% Live. Achso. Achso. Ich dachte schon, es wäre ein Bug oder so. Ja, genau, schießt durch das Schiff. Ist schon recht. Der Falkuni macht nicht werfe. Warum greift er nicht mehr an? Das ist doch nicht sein Ernst. Was können wir ihm geben? Vielleicht ist er mit seiner alten Axt glücklicher. Auch wenn die kaum Schaden macht. Die gleich mal Stärke skillen auch wenn Schwerf er greift wieder an. Hm. Aber warum hat er nicht angegriffen? Mysteriös. So. Schildkröte noch und Baller mal hier auf die Katze. Zack. Hm. Hm. Die Rune noch zu stören und das war schon. Die haben leider nichts interessantes dabei. Außer eine Menge Gold. Und ich weiß jetzt nicht wofür die Tiere gut sind. Ich meine alle Piraten alle Piraten auf denen wir treffen haben Tiere dabei und ich weiß leider noch nicht wie ich mir welche zulegen kann. Ach gleich in der Nähe ist wieder so eine Schatz Insel nur bringt sie mir nichts weil ich jetzt keine Lust habe alles abzusuchen. Wir haben ja gesehen wie Schatz Suchsystem hier funktioniert und das ist nicht so der Hammer. So dann segeln wir mal zu den zu wem segeln wir hier entlang so und bahnen uns da den Weg frei aber das seht ihr dann in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017